Ja, herzlich willkommen hier aus Konstanz am Schwarzen Meer. Das ist mein Geburtsort und heute habe ich mir gedacht, bevor wir die Wahlen in Amerika haben, frage ich doch mal hier in Rumänien am Schwarzen Meer die Leute, was sie davon halten, wenn Trump gewinnt, ob das mit dem Krieg besser wird, ob die Situation mit den Migranten, den ukrainischen Migranten besser wird, ob vielleicht die neue NATO-Military Base, die größer werden soll als Rammstein hier in Cogniziano, ganz in der Nähe von Konstanz, ob sie damit klarkommen oder nicht. Wir werden sehen, was die Leute antworten und ich werde die Leute einfach jetzt mal fragen. Uns interessieren die Leute hier. Glauben Sie, dass sich irgendetwas ändert, wenn Trump gewinnen wird? Er hat gesagt, wenn er gewählt wird, wird er in der Ukraine Frieden stiften bis Januar. Ja, ich könnte das glauben. Das könnte Trump machen. Vielleicht wäre das auch gut für uns, damit wir ruhiger werden. Was glauben Sie, wenn Trump gewinnt, gibt es dann auch Frieden in der Ukraine, wie er gesagt hat? Nein, das würde ich nicht glauben. Aber Amerika ist überall. Aber die Kamala oder wie sie heißt, das weiß ich nicht, ob sie irgendwelche Probleme lösen könnte. Vielleicht könnte Trump die Probleme besser lösen als die Kamala Harris, die ich nicht kenne. Wie ist die Problematik mit den ukrainischen Geflüchteten? Wie ist das Zusammenleben mit diesen ukrainischen Flüchtlingen? Oh, es ist ziemlich voll. Und nicht nur Ukrainer, nein, wir haben auch andere aus aller Welt. Wir als Rumänen wünschen uns, dass wir keine Probleme hier mehr in Rumänien haben. Und was die ukrainischen Flüchtlinge anbetrifft, naja, sie wurden ziemlich viel geholfen. Ich meine, die kriegen einfach so viel, überall, wohin sie kommen. Aber, naja, ich glaube, es geht um Interessen dort. Was sagen Sie über die NATO-Base, die hier gebaut wird, ganz in der Nähe? Die wird noch größer sein als Rammstein in Deutschland. Glauben Sie, das wird positive Dinge bringen? Ab dem Moment, wenn Rumänien in der EU ist, gehören sie ja Amerika, oder? Naja, als Schutz. Und dann haben wir natürlich Interessen. Was sagst du, wenn Trump an die Macht kommt? Er hat gesagt, er wird für Frieden sorgen in der Ukraine. Glaubst du das? Ja. Ja, ich glaube, das ist möglich. Trump habe ich schon mal gesehen und den kennen wir alle vor vier Jahren, aber diese Harris, die kenne ich nicht. Und ich weiß gar nicht, war sie schon mal da? War sie schon mal irgendwer? Ich habe gesehen, hier sind viele ukrainische Flüchtlinge. Wie ist die Situation hier, in der Schule oder in der Uni? Ich habe keine Probleme damit. Ich weiß nicht, warum sie zu uns gekommen sind, weil wir sind nicht besonders reich. Wir haben ihnen natürlich geholfen, aber um Gottes Willen, natürlich tun wir es, weil wir können uns in ihre Situation hineinversetzen. Aber wie ich gesehen habe, sehen die ganz gut aus, die ukrainischen Flüchtlinge. Die haben große Autos. Wie soll ich sagen? Der Staat hilft ihnen sehr viel und auch die EU und gibt ihnen auch Gelder. Noch eine Frage. Haben Sie gehört, dass die NATO eine der größten Military Bases in Europa hier konstruieren wird, in der Nähe? Was sagen Sie, wird das gut für Rumänien? Das macht mir Gedanken. Aber warum machen die das hier in Rumänien? Wird etwas passieren? Irgendwas wird doch sein, wenn sie hier eine große Basis bauen. Also irgendwas wird kommen. Irgendeine Veränderung wird kommen. Eine große Veränderung. Denn was soll die amerikanische Armee hier in Rumänien? Das bedeutet, sie bereiten sich vor auf etwas, was wir noch nicht wissen. Aber es wird etwas schwer werden, glaube ich. Ich weiß nicht. Es wird eine große Veränderung geben. Ich weiß nicht, ob das gut für uns werden wird, für uns Rumänen im Speziellen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe den Eindruck, unser Land wird von anderen regiert. Also die, die an der Macht sitzen nur so formell da, aber irgendjemand anders führt hier die Fäden. Ich weiß nicht, vielleicht sind es die Amerikaner. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Guten Tag. Ich bin aus Deutschland und wir fragen die Menschen hier, was morgen passieren wird, wenn die Wahl in Amerika stattfindet. Er hat gesagt, er wird für Frieden sorgen. Ja, das glaube ich. Und wenn die Frau Harris kommt, was glauben Sie? Nein. Wenn Frau Harris gewinnt, dann geht der Krieg weiter in der Ukraine. Wenn Herr Trump morgen gewählt wird, wird es Frieden geben in der Ukraine? Was glauben Sie? Wird das passieren? Genau das wird passieren. Der Herr Trump wird gewinnen. Ich habe gesehen, hier sind ganz schön viele ukrainische Flüchtlinge. Wie ist die Situation hier für die Rumänen? Ist alles okay, oder? Nein, wir werden erstickt von denen. Als Rumäne ist es okay, oder könnte sich da was ändern? Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich habe nichts mit denen. Ich kann kommen. Aber die helfen denen so viel und uns helfen sie nicht. Und das ist störend. Was heißt das? Na, die kommen in einer so großen Anzahl hierher und produzieren nichts für die Gesellschaft und sind den ganzen Tag hier in der Mall zum Einkaufen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Hier kauft man mehr mit dem Geld aus der Ukraine als aus Rumänien. Ja, die sind hier untergebracht in teuren Hotels hier in Mamaia. Und unsere Leute, die leben hier auf dem Land in Zelten. Haben Sie gehört davon, dass die NATO die größte Military Base hier macht, ganz in der Nähe? Ja. Ja, die haben es ausgeweitet. Was sagen Sie? Wird das positiv werden für Rumänien oder negativ? Hm. Ich weiß nicht, ob negativ oder positiv. Aber wir haben ja keine Wahl, solange wir noch in der NATO sind. Das war's. Ich weiß nicht, ob wir sagen drei Wochen mit der Kamera ver quantolegen. Be